Wir haben die Totalmaskierung. Der Tänzer als Tänzer ist nicht zu sehen. Es geht nicht um einen Ausdruck, der von innen nach außen kommt, sondern praktisch um ein übergestülptes Format, was der Tänzer auszufüllen hat. Das ist genau die Philosophie, die Oskar Schlemmer am Bauhaus unterrichtet hat und die auch in seinem triadischen Ballett eine Umsetzung gefunden hat. Und für uns Wesentliches gewesen zu sagen, wir stellen uns diesen Bedingungen. Wir stellen uns der Bedingung, in die 20er Jahre zu gehen, uns original an dieser Ästhetik zu orientieren. Die Tänzer in diese Totalmaskierung zu zwängen. Es ist nicht nur die Totalmaskierung, sie sind auch gezwungen, eben diese eindimensionalen Bewegungen zu machen, weil es kaum Raummöglichkeiten gibt und so weiter. Und all mit diesen Vorgaben ein Ballett zu kreieren. Weil ich wirklich der Meinung bin, dass die Grenzen eigentlich erst die größtmögliche Freiheit formulieren. Und das war der Versuch, das mechanische Ballett zu machen. Und ich bin der Meinung, dass uns das auch gelungen ist, daraus eine Choreografie zu machen, die für das, was die formale Vorgabe gewesen ist, stimmig ist. Und genau das, dass das möglich ist und dass es einen ästhetischen Wert hat, dass es darüber hinaus einen Reiz hat, dass ein Humor vorhanden ist, dass es als Ballett funktioniert, dass es eine Dramaturgie hat, dass es sehenswert ist. Darum ging es das zu zeigen. Und es ging darüber hinaus darum, nicht nur ein Historienstück zu machen, nicht nur zu zeigen, wir machen das Ausgraben von der 20er Jahre Sache, sondern zu sagen, dass das, was hier stattfindet 1987, eine Ästhetik ist, die auch für heute trägt und die sogar in einer bestimmten Hinsicht neuartig ist. Ungesehen bis jetzt. Und Sie wollten auch, dass es ein Ballett ohne Story, ohne Geschichte ist. Ja, also... Warum? Nur, es sollte rein künstlich, es sozusagen sollten die konstruktivistischen Bilder, da wird Spannung drin, da wird Perspektive drin, sollten einmal lebendig werden und auf der Bühne gezeigt werden. Also was oft so ein Bild enthält, Spannung und das und das und jenes, gerade bei konstruktivistischen Bildern kommt das sehr viel vor, sollte einmal beweglich dargestellt werden. Ja, das war jetzt... Du musst immer wieder sagen, die Gedanken, die man da hat, die kommen einem wie Seifenblasen, so wie wenn man in der Badewanne sitzt und sich wäscht, so ungefähr. Die tauchen aus, sind da, platzen und dann gibt's was. Oder es gibt nichts. Es sind plötzlich da, die Gedanken. Aus dem Unterbewusstsein kommt sehr vieles. Ja. Also eines Tages kommt innen uns den Auftrag, die Lampe im Rahmen zu zeichnen, die von der Decke runterhängen. Einfach eine Lampe war das. Und jeder gab sich die Mühe, also man genau gemacht, die Lampe, die gezeichnet, fein möglich sind. Ach, und dann eben gekommen, so gemacht, also an dem, merkte man, ob man zufrieden war. Hm, ah, hm, nee, nix, 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 nix. Und so, nee, mir saß Bräuer zu fähig, wie ich später wüsste. Die Lampe ist schief. Ja, ich seh sie aber so. Dann gehen sie zu den Bechstein. Warte sie innen. Na, dann ging er weiter. Das ist gut, 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 sehr gut. Gut. Und dann zeigte er uns, die Lampe hängt. Die ist nicht in der Luft. Die hängt. Da musste man oben die Decke tüchtig, kräftig zeichnen. Und das war nämlich sehr interessant. Nämlich in diesem Sinne weckte bei uns innen das Schöpferische. Also, die Lampe ist nicht eine Lampe, sondern die Lampe hängt. Das ist eine Hängelampe. Oder eine Stehlampe. Bei einer Stehlampe ist unten der Fuß wichtig. Ist das wichtig, ist das wichtig. Also, die Funktion war wichtig. Das ist nur ein kleines Beispiel, wie der ethnische Fokus. Also, das Schöpferische brachte er dich. Kurt Schmidt verfolgt vor dem Monitor die Dramatisierung und, wenn man so will, Vermenschlichung seiner Bühnenorganisation mit einfachen Formen. Jetzt genannt, das mechanische Ballett. Was wir nicht hatten, was sehr gut war, war diese eine Zusammenstellung, diese ganz enge Zusammenstellung von den Figuren. Das hatten wir nicht gehört. Das war jetzt sehr gut. War das für Sie Vergangenheit, was Sie gesehen haben, oder ist das für Sie noch lebendig? Ach, das gräbt sich so ein, dass es heute noch lebendig ist, kann ich ruhig sagen. Ja. Ja, stimmt. Ich kann mir vorstellen, dass eine dritte Fassung auch mich ließ. Weil nämlich, es ist so, bei diesem Palett sind die Kostüme bleibend. Die müssen bleiben. Die Choreografie kann sich wandeln, die Musik kann sich wandeln. Sonst ist es ja umgekehrt. Also, da wandeln sich die Kostüme, da wandeln sich die Bühnendekorationen und die Musik bleibt.